Es war ein gewöhnlicher Tag im Wikingerdorf. Es war ein gewöhnlicher Tag im Wikingerdorf. Die Bewohner des Dorfes wachten früh am Morgen auf. Sie standen jeden Morgen früh auf. Sie standen jeden Morgen früh auf. Es gab jeden Tag viel zu tun. 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 Tischlerei war sehr wichtig in diesem Dorf. Tischlerei war sehr wichtig in diesem Dorf. Die Männer des Dorfes stellten die Möbel ihrer Häuser selbst her. Die Männer des Dorfes stellten die Möbel ihrer Häuser selbst her. Die Möbel waren sehr wichtig in diesem Dorf. Die Wikinger bauten auch ihre eigenen Häuser. Die Wikinger bauten auch ihre eigenen Häuser. Die Wikinger bauten auch ihre 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 Häuser. Die Wikinger-Frauen nähten die Kleidung für die ganze Familie. Ja. Der Familienvater ging zum Fischen und brachte seinen Fang nach Hause. Der Familienvater ging zum Fischen. Die Mutter der Familie kochte Fischsuppe. 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 Die Mutter der Familie kochte Fischsuppe.